Zotka, warum was alles bedeutet? Keine Ahnung Ey, verstehst du die Russen, die nicht Russisch lesen können? Ja, das sind halt Russen, die halt Russisch zu sprechen gelernt haben, aber halt nicht lesen, beibebracht zu kommen haben Dann sind die dumm Ja, dann mussten wir doch Mehr oder weniger, ja Weiß nicht Also ich kenn schon so ein paar Rupsen, die nicht Russisch lesen können, so aber wie Ich kenn ziemlich viele Die sagen sogar, dass ich besser Russisch lesen kann als die Ja, einfach zu und von mir gelernt Das ist der Trailer Ja Also besser den Coach als dich kann man gar nicht haben, Janja Ja Sicherlich doch Ja, sicherlich, Mann Ich bin so slow Ich bin so slow Ich bin so slow Ja, der hat mich gerade aufgeflogen Oder halt nicht Ich bin so slow 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 Ich Achtung, Weger 5, Blackwood engineers made the shield mobile, capture it. Und 6, 25 assistpunkte. Vor allem weil du auch 5 assistpunkte machen kannst. Ja, ein Headshot, ein Headshot. Ja, da habe ich 5 Punkte. Trage das. Warte. Erstmal pushen. Ja, aber spielst du mit der Warte nicht schon an 10er sind sie? Nö. Du hast mir irgendwann mal gesagt, dass du auf 10er sind sie gewechselt. Ja, ich wollte auf 10er sind sie umsteigen, aber danach dachte ich, ihr Bruder, was sind das jetzt? Digga, Speedrun-Mission unterwegs. Das ist mit Dan the Man on Sky. Ben ist der Space. Nö. Wir sind kein Space. Ja. Wir sind zu scheiße dafür. Das ist ein Bixxer da oben. Boah. Oh, kein Pennyboy hat er sich geültet. Oh, ist ja voll süß. Was mit mir? Ist ja voll süßhaft, wie sie da geültet. Oh mein Gott, ich bin tot. Wer kam denn rein? Ah, niemand. Ich musste in der Nasen. Mh, klar. Dekker weg. I'm stuck, Stepbro, help me. Das tut echt weh, wie man es, wie man mittlerweile alles switchen kann. Ach, Mann. Ey, ich muss noch Rang 1 kommen. Das sieht so aus. Wie passiert denn, Mann? Bei dir wird das nicht passieren. Ich hab gehört, du könntest dich jetzt den ganzen Tag durch. Nein! Uuuu. Kann man bei ihr keinen Bock auffangen. Ich weiß, dass heißt, gleich die Person nach dem Spiel. Der Person hat uns gleich flogen. Der Flex. Ich weiß. Bei 4 ist 5 nicht. Ja. Alles wegen Schaum. Genau, denn er schaum schaust. Ja. Eindeutig. Muss er so sein. Ja. Ich hab einmal durch den Bus geschossen und nicht einmal einen Gegner bekommen. Aha. Ich wünsch heute, wie wenig man tanken kann mit Snowstorm. Naja. Hey, da oben muss ich noch was bespawren. Ja. 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 Dann müssen wir mal einen neuen Modus einführen. So ein neues Spiel ist jetzt grad einfach easier oder so. Aber die Speckups machen ultra viel Damage. Ja, die machen Damage schon mal. Nicht so viel früher. 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 Früher hatte man vor den E-Sportern Angst. Ja, der hat gar nie E-Sportler. Ja, früher hat man E-Sportler genannt. Ja, früher. Früher war auch alles besser. Nicht alles, aber das meiste. Zum Beispiel, früher gab's da keine Cisgender oder so. Nein, 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 nein. Fang gar nicht mit den Pfeifern, fang gar nicht mit den Huren und so. Da gab's da keine Lücke, bitte cool, Leute. IA Plus. Nein, LGBTQIASSIQ Plus. Ich hab den Bacher nicht. Hallo. Und ich hab den Bacher jetzt. Danke. 50er ist das. Nö. Ich hab den Bacher nicht mehr. 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 schoben schuss mein kaputt Was kannst du eigentlich? Und sich mal Redboxen ausnutzen. Das ist ja irgendwie ein Meme oder so. Ich habe einmal DEDEVA geschrieben... Und sie dann so... Ahh wirklich so passiert.. Die kennen die Person nicht mal, aber hey. Musst du dich kennen? Ich weiß nicht. Na los, dann mach mal den oben, du Bastard. Ja, Junge, ich bin unterwegs. So, auf und über die. Tschüss. Mach es tot. Ich habe es tot gemacht. Ich muss das Schild einmal anheben. Ja, weil du war gerade eben was. Du warst gerade eben was. Ey, ich bin fertig. Ich glaube, als Provokation war ich an die Ecke. Hinter dir kommt ein paar. Ja, I know. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde keine einzige Kugel treffen. Ich weiß nicht. Das muss man nicht, wir lassen die so ziemlich alle fallen. Die ersten nicht, also da machen wir die ersten Teil hin. Du machst den Mütze? Okay. Eigentlich solltest du den links, äh, rechts machen. Ja, mach ich auch. Das ist mal löst. Mal Mitte. Mal löst. Digga, er ist so 90, man. Die Kugel in der Mitte ist so fett 90. Ja, danach wird es nicht gleich. Oder geht es. Mann, ich fasse Schütz. Mittlerweile bin ich erst Lieber. So, jetzt schießt er einfach gar nicht. Sparen wir uns über die Lunge. Mann, ich habe einfach Explosion. Wir müssen nach ganzem sein. Mach du den einen. Mach den anderen. Den einen. Ja. Wenn du nicht so aufgestorben bist, dachte wir wollten sie besser. Ach, das ist auch nicht klar. Mann, hier, der kommt ganz klar in die Hand. Ja, Junge. Er hat sich genau alle die an, die ich ansieße. Nimm du. Nimm du. Nee. Keiner Bastard, Junge. Pass auf, du stirbst. Ja, ich weiß nicht. Ich werde den einfach verzieren lassen. Das ziehe ich jetzt aber gar nicht ein. Macht nix. Ich kann nicht dein Nachladen und das Schild gleich festfragen, ne? Dann pack mal das Schild mit deinem Nachladen. Ja. Ja. Oder dann nachladen mit dem Schild. Man tut einfach nachladen. Und beim Nachladen mit dem Schild. Und dann boom. Ich weiß. Dann bist du boom. Pass auf, die schießen das Schild ab. Ja. Schmeckli. Ach was, ehrlich? My head. Mann ey. Mann hab ich so raus. Mann ey. 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 also die schütteln ja ja ich weiß aber ich muss noch mal nachladen er lag nicht mehr nach man hallo ich habe nachladen machen man es ist unschwer ich weiß noch nicht hier früher auch normal wir haben hier so jetzt machen wir das mal passen ja erstens rüstung seitens blitzes drittens waffen vierten zu wissen ich mach den ja 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 Du machst mehr Damage stehen. Du scullst dich nicht. Du hast dich nicht. Du hast mich nicht mehr. Du hast mich nicht mehr an die Hand genommen. Du kannst mich nicht mehr an die Hand nehmen. Du kannst nicht mehr an die Hand nehmen. Nein, das ist doch gut. Ich war getroffen. Ja, ich war mal mit Schwerflicht, ich bin dann nicht so wie du. Das haben wir auch nicht getroffen, einmal. Zwei Mal. Scheiße, Mann. Du hast dich die ganze Zeit rumbewegt, gesprungen und man hat keinen Amos. Movement, movement! Ja! Ich mach den Linken. Lass mal den Land machen. Ja. Ja. Ich mach den Rechten. Mach du Solo? Schnell? Nein. Schnell ist ein bisschen anders geworden. Ja. Ja. No need to thank me. Go on. And take them out discreetly. Klar, ich kann es versuchen, aber das Alarm ist wahrscheinlich... Oben? Ja. Ich mach den bewegenden. Ich mach den bewegenden. Ock. Ock. Schuss. Ich mach den. Ich mach den links links. Dann mach den links links. Ich mach den links links. Ja, aber nicht hör. Mach erst mal die zwei Bots. ein moment du musst den ganzen ja ja ich sehe den nicht mal ja gehen wir haben du bastard wie willst du die drei oben machen das ist eine sehr gute frage auf die es sicherlich ein sehr guter antwort gibt hoffentlich ich kann ja zu grad beten immer an links weil sonst werden die gelb und dann rot ja ich habe das alles schon versucht soll ich den linken ich mache den rechten du machst den linken und wir beide dann ja nur ich kann den nicht treffen wenn er stehen bleibt die mütze kommen hier zu mir nach oben ja durchs gitter mussten aber ich hocken ja vielleicht dicker ok na dann mal schauen noch eine rotation machen obwohl kann ich den treffen ja auch durchs gitter kann man durchs gitter durchs bestimmt nicht ich war das ist total aber du kannst dich viel mit halte schießen also ich bin dafür dass wir da einfach zwei granaten hochwerfen dann rennen die aber weg und sterben wenn ich so bin kann ich den treffen achte gar so kurz klappt ok diese rotation 3 2 1 schuss noch nur mehr oder weniger das macht man wie das doch ich gehe mal kurz meine eier und gehe nach hause dahinten kетр es kommt es sind seine pronome address ja wo equivalente mannlich und erwartet ist natürlich weißt du doch nicht du kannst ihn übrigens immer noch was ich will eine sache ausprobieren kann man durch das ding dadurch schießen wahrscheinlich 32 ein schuss 32 ein schuss ja kann man stark man kann die back jetzt machen oder nein aber ich fand es toll dass es komplett auf die dac einfach draufgegangen so ich hab dich mal anders was dahin so ich glaube ich Der Schild nützt nicht viel. Nein, gar nicht, nur kompletter Schild. Der Schild nützt nicht mehr. 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 Noch viel kaputt. Ey, ich find's auch richtig toll, dass sich alle fucking ignorieren und alle auf mich rennen. Ich find's ja irgendwie geil, Mann. Guck wie klos, wie einfach noch Related sind. Wir machen immer das Gleiche. Mach was anderes. Oh Mann, ne, die Kameras sind nicht geil. Nur die untere sind geil. Einfach nicht unter einstellen. Fickt ihn direkt. Ich mach den da, falls der kommt. Ok. Bewegt sich doch nicht so viel. Mega, meine, bewegt sich auch. Mega, schirm ab. Oh Bruder, nicht zu mir. Ja genau, weg von mir. Oh ja. Ey, hallo. Alarm. Ey, hallo. Nachladen. Ja. Einmal Muni. Muni, Muni, Muni. Hallo, hallo. Nicht zu mir. Danke. Mami. Stehst du nicht. Stehst du aber nicht auf dem Rand, oder? Nein, nicht. Mann, ich hab einen hier weg zu mir. Meiner hat mal ne Pause gemacht. Ich muss erstmal nachladen. Chill up. Ey, ich will, ich will, äh, hier. Hast du mich knifed? Ah, du Uhrenson. Renn doch nicht genau dann in meine scheiß Richtung. So schuldig. Oh, ich hab 20. 3.0 gefilgt. Ach, jetzt? Würdest du die da auch anschießen? Die Kamera? Nö, die sind auch nicht cool. Nur die Unschuldig. Ja. Du bist so ein Bastard, ne? Ich war gerade abgelenkt mit Trinken, ne? Ja. Hahaha. Ja. Nein, du bist so ein Decker. Mann, ihr Held. 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 Hallo, die vergewaltigen mich hier. 1 HP. Ach, Mann, ihr Held. Ich hab' mein Leben gerade eben, Mann. Ich hatte ein Stück. Ja, ich war's. Liegt halt daran, dass du schlecht bist. Ja, wahrscheinlich, wenn das 10 Boss gerade kommen, der ganz, 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 ganz ein Reisen Weger muss lutschen. Ja, so ist das. Alle Vögel sind schon da. Vielleicht nicht mehr. Hör mal. Jung, mach mal hin. Ja, da kommt einer. Hab seine Mutter von jeweils... Ey, ich bekomm Schaden! Oh, du Wichse! dann wenigstens wer ich ja wer sonst ich muss zu anderen seiten über was für nachladen ich muss regenerieren los glitschen ja bin dran ist aber nicht die regeln du kleiner bastard deine mann jungen ersten richtigen wundern nur weil du da manch auf einmal bekommst weil du scheiße wirst machen kaputt schlafen 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 denn die laut den ipo laut denn i lay down aber nicht direkt ich gehe gerade gar nicht, dann nimmst du das vorm Bildschirm ja, ja, komm ich schieße halt noch nicht 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 ich schieße nicht, ich schieße nicht ich muss noch, äh, lag in der Lärm meine Mann fällt sich einfach vor dem Motor, Mann äh, vor dem Nimmst meine Mann stellt sich vor dem Motor ach, so schlecht okay, lach nach ja, ich bin dabei ich schnapp alles und ich kann es nicht machen mach ihn kaputt willkommen Damage, Mann, die Hilfe oder andersweg, willkommen Damage aber ich, ich will schon mal, ich kann Damage ich bin drin keine Wehe bitte nicht einfach fallen, der Lüb oh nein, du Bastard oh, du restauration und Revivalent du, wuhren, wo ich kann da rein, prof tja, hier zwei ... ... Ich habe einen schlechten Winkel auf meinem Motor. Einen schlechten Winkel bei meinem Motor. Wie gesagt, ich wieder ehrlich, aber ich bin nicht am Leben abgezählt. Nein, wie lebt man diese scheiß Snowstorm-Rüstung? Ey, das ist so traurig, wie lebt man das? 190 Rüstungspunkte, minus 18%, 21% Schutz. Ey, das ist so pro. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, weiß ich auch nicht. Werden auch einfach Double Zero machen können. Oh, nein. Ja, will ich jetzt nochmal machen. Ich meine, du willst, aber ich muss mal kurz was essen, sonst töte ich meine Mom. Ah, ja. Ich habe sogar russisch in Salat bekommen. Das ist Pfeilig. Oh, ey. Wann, die! Ja, warte, da mache ich Pfeile an, warte. Nein. Ja. Snowstorm Rifleman, let's go. Gammaban, 2005. Du bist so fast 1.000 Abonnenten. Hm, hm. Noch acht oder so. Ein Moment. Wenn du den Moment getraut hattest, dann bist du ein echter Sohn. Sohn. Sohn.